Jihihi, ach, es ist doch echt nur mal was ganz anderes, wenn man fliegen kann. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tech It. Bei mir hat es zwar einen kurzen Cut gegeben, er hat aber seine Aufnahme weiterlaufen lassen, wie ihr wahrscheinlich durch ihn schon erfahren habt. Bei mir ist es jetzt halt ein bisschen ein Zeitunterschied. Scheiße. So, ich habe... Was passiert? Das Creeper ist bei mir. Das Creeper. Also ich habe letzte Folge echt viel geschafft. Ich habe einen Messerwaiter gemacht, einen Generator und ein Electric Furnace. Also ich habe jetzt sozusagen endlich mit Tech It angefangen. Ich muss jetzt den Sand noch mal in den Ofen tun. Damit da Glas draus wird, dann habe ich endlich Scheiben. Glas, Scheiben. Wo hast du denn? Wo hast du deine Sand her? Habe ich aus Stein gemacht. Mit dem Minium Shutter oder was? Nein, mit dem Messerwaiter. Achso. Wenn du Stein hast, kannst du es bei mir gerne machen. Okay. Ich brauche auch Glas. Hm. Ich habe nämlich keinen Cobblestone mehr. Ich brauche dringend Cobblestone, damit mein Boden endlich fertig werden kann. Okay, erst mal. Aber du musst mal warten, bis ich fertig bin. Ah, nee, doch. Kannst ruhig mal kommen. Na, ich muss hier gerade noch mein Dach abbauen. Bin ja gleich. Das ganze Dach abbauen. Ja, weil ich es nur zwei hochgemacht habe. Tsss. Genau, ich werde diese Folge ein paar Overclocker-Upgrades machen. Und als erstes packe ich aber mal meine Kiste hier weg. Denn die steht ja mitten in der Wand. Und das will ich nicht. Apropos Kisten. Das schaue ich jetzt gleich nach. Was? Wie man diese Personal Safe Kiste craftet. Das ist ganz einfach. Ja. So. Und jetzt muss ich erst mal das ganze Zeug da hinten in die Kiste reinladen. Ah ja, was ich noch sagen wollte. Es kann sein, dass wir einen neuen Mitspieler dazu bekommen. Genau. Wenn er Lust hat. Und wenn da Admin das okay gibt, sozusagen. Worum du dich kümmern wirst, hast du gesagt. Ja, genau. Und ich kümmere mich dann um den Mitspieler. Wenn sein muss, kann er zu einem von uns ziehen, während er... Oder er will. Ich glaube, das ist... Das braucht er nicht. Der kennt sich ändertig besser als ich. Ich hoffe, ich habe noch Steine. Apropos. Ach genau, ich kann ja mal meine Erze jetzt nicht einschmelzen, sondern in den Messerwaiter tun. Denn dann bekomme ich doppelt so viel raus. Also doppelt so viele Erze, wie ich habe, bekomme ich dann als Barren. Oder ist sie voll? Nein, da geht noch eins rein. Das ist vielleicht noch irgendwie... Wo ist der Scheiß? Ich sortiere mal. Was denn? Oh, jetzt? Ich habe kein... Sticky Resin eingesammelt, obwohl da eins rausgekommen ist. Sollen die scheißen? Die fliegen manchmal ziemlich weit weg. Ah, da. Danke. Für den Tipp. Vielen Dank. Für die... Ja, okay. Ach ja, ich bin gut drauf. Ich bin gut drauf. Gut drauf bist du? Ja, habe ich schon erwähnt, dass ich gut drauf bin? Äh, nee. Verdammt, ich muss die Kiste einsammeln. Na komm. Ah ja, Steine habe ich und... Ich sollte mich ein bisschen beeilen, sonst kommt nachher jemand und holt die Sachen hier. Warum habe ich eigentlich schon Bronze? Oh, jetzt war okay. So, schnell. Ganz schnell. Sonst sammelt das Zeug nachher jemand ein, das wäre nicht gut. So, wozu habe ich jetzt diese Dinger gebraucht? Genau, für einen Hula-Alarm, für Electronic Circuit. Refined Iron, wie kriegt man denn das? Wenn du normales Eisen in den Ofen tust. Echt? Mhm. Echt? Ja. Aber da steht nur was mit. Ja, versuch es einfach und dann wirst du sehen, dass ich recht habe. Okay. Probieren wir gleich aus. Hast du Cobblestone für mich? Ja, ich habe ein Stack auf jeden Fall, aber ich muss zuerst schauen, ob ich noch was... Scheiße. Jetzt bin ich aus meinem Grundstück rausgefallen. Ja, komm schon, aber warte, das Schwein will ich noch haben. Komm schon! Na. Schade. So, jetzt habe ich ein Stack Scheiben. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel, oder? Na egal, weiß ich noch nicht. Ich habe doch letzte Folge gezählt und habe gedacht, dass ich 13 Fenster von dem Glas rausbekomme, aber das waren... Waren das jetzt 13? Ah, verdammt! Egal. Ich glaube, ich habe eh ein bisschen zu viel. So, was brauche ich jetzt noch? Aber das werden wir ja jetzt sehen. Äh, Eisen, genau. Hast du schon aus Stein Eisen gemacht, oder was? Wieso aus Stein Eisen? Keine Ahnung, jetzt hast du so... Ja, wohl, ich steige. Was denn? Was hat dich? Nein, ich habe... Ich glaube, du hast das mit dem Minium Schaden gemacht. Was denn? Äh, aus Stein Eisen. Ich habe überhaupt nicht aus Stein Eisen gemacht. Ich habe aus Stein Glas gemacht. Ne, Sand. Sand, ja. Irgendwas war mit... Egal, ich habe gerade nicht mitgedacht. Tatsächlich. Das ist ja wohl die Abzocke. Was denn? Das ist mit diesem... Ref... Ah! Warum ist das eine Abzocke? Weil da... Da... Ich... Ich habe das gar nicht gesehen. Ah, doch! Ich bin blind. Was ist los? Egal. So, habe ich noch irgendwo ein Ohr, was noch nicht geschmolzen ist. Ich wollte jetzt einen... Einen... Das hier kann ich noch in den Ofen tun. Was wolltest du? Ich wollte da jetzt so einen... so eine... Basic Platin machen. Extra. Wofür? Fieber? Fieber? Warum das denn? Ja, weil das zuerst da war. Wenn man sucht. Okay, was war ich noch dieses Serk? Da, das muss ich das so machen. Okay. 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 Electric Jet... Electric Jetpack. Dafür brauche ich zwei Glowstone-Staubs. Ich brauche also demnächst Glowstone ganz viel. Ich habe drei Glowstone. Ja, es ist aber, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Ich brauche zwei so fürs Jetpack und nochmal zwei... Mann, ein Glowstone zu wenig für ein Jetpack also. Man braucht vier Glowstone für ein Jetpack. Das ist blöd. Und du hast nur drei. Sonst könntest du jetzt ein Jetpack machen. Aber ich glaube... Das hätte ich dir geben. Hä? Du wolltest das doch haben. Ich hätte es dir geben. Ich hätte es gar nicht gebraucht bis jetzt. Nicht? Nein. Warte, kann man... Du kannst im Moment damit mehr anfangen. Man kann aus Juju-Metten Glowstone machen. Dann mache ich mir mal aus den Juju-Metten hier. Ich habe ja ein paar. Mache ich mir da Glowstone. Du brauchst Glasscheiben? Hä? Du brauchst Glasscheiben? Nein, habe ich mir gemacht. Ach so. Na, weil ich hätte jetzt welche. Ja. Aber die brauche ich selber auch. Ja, ich habe 15 übrig, falls du welche brauchst. Okay, ja, ich könnte 15 gebrauchen. Okay, dann komm her. So, Glowstone. Dann kann ich mir jetzt auch mal ein Jetpack machen. Das ist echt gut. Okay. So, jetzt will ich endlich mal... Entschuldigung. Ja, egal. Fear We Find Iron brauchst du dafür. Ich glaube sogar noch mehr. Ja, ich schmeiß einfach mal ein bisschen Eisen da rein. Was wolltest du sagen? Ähm. Redstone brauch ich. Das, genau. Das war's. Ich tue einfach mal 20 Eisen in den Ofen. Dann habe ich ein bisschen We Find Iron. Wir könnten dann schlafen gehen, gell? Könnten wir, ja. Weil ich will nicht schon wieder so viele Scheißviecher von einem Grundstück haben. Ja, Wahnsinn. Ich mache erst mal das Advanced Circuit. Brauche ich ein bisschen Copper. Und soll ich ins Bett gehen? Ja. Okay. Habe ich noch Huaba? Zwei Stück. Ah, okay. Ich kann noch sieben Sticky Wieseln schmelzen. Wo ist mein Copper? Da. Ich frage mich übrigens, wo ich die Bronze her habe. Ich habe Bronze, obwohl ich mir die nicht gemacht habe. Oh, was mache ich eigentlich? Jetzt noch hier die sieben... Na, egal. Ich warte, bis das fertig ist. Dann mache ich mir ein Jetpack dann demnächst, ne? R.E. Batterien. Drei R.E. Brauche ich auch Copper-Cable für. Ich muss warten, bis das hier fertig ist. Ne, ich tue es einfach raus. Egal. Was wolltest du sagen? Ich unterbreche dich dauernd. Sorry. Mach nix. Ich gehe jetzt einfach nochmal ein bisschen Huaba ernten. So. Wo ist mein Tweet-Tab? Da ist mein Tweet-Tab. So. Und ich habe... Fail. Ja. Warte, ich mute mich. Mute, habe ich gehört. Okay. Und ich ernte ein bisschen Huaba. So, bin wir da. Mh. Wer wäre da? Da. Was hast du nochmal gebraucht? Die Fensterscheiben, ne? Ja. Okay, wenn ich mein Jetpack habe, dann bringe ich dir das. Hehehe. 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 Wenn ich dafür ein bisschen Cobblestone bekommen würde. Ja, ich habe eh noch übrig. Was habe ich denn da drin? Ach, auch Cobblestone. Hehehe. Hehehe. Äh... Was wollte ich mir jetzt nicht brauchen? Eine... Eine Redstone kertsch. Schneider mal. Hehehe. und jetzt Coppa Cable ah ja ich nehm da die die Ding mit Koppelstone Dinger ok das ist gut dann ein Elektronik circuit verdammt ich hab kein Whetstone hol ich mir schnell bist du deppard what the fuck was fange ich gleich mal durch hast du schon dem sein Haus gesehen von wem von dem Pelsür oder Pelsaya Pelsür Pelsür ach du scheiße das kann der doch nicht jetzt alles gebaut haben was hat der denn ja alter Riesenhaus lapis lapis ach ach das regt mich zum Beispiel auf was denn ja der hat da so Falttüren und die hat er nicht alle in der richtigen Reihenfolge angeordnet eine schaue nach unten die andere nach oben nach unten meinst du die eine nach oben die andere nach unten er zeigt die eine schaue nach unten die andere nach oben also bei mir hat sich das angehört wie die eine schaut nach oben die andere schaut nach oben nein re-batterien dafür brauche ich den hoa warum immer muss hin und her laufen weißt du was ich hol mir erst einfach den crafting table hier und tu den zurück da hinten hin es reicht mir aber den wo ist hin da ist hin verdammt ich muss mir noch was weiß das nicht doch ich höre das aha das ist meine Alarmanlage okay die werde ich jetzt da noch einbauen und wenn jemand das falsche Passwort eingibt geht die los hallo 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 ähm ja ich hab's gehört äh was wollte ich denn jetzt die Bedrocks genau ähm zwei drei 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 komm ist gut jetzt ja ich höre schon auf du wolltest koppelstern ja 3 RE Batterien ja bitte was brauche ich noch ein copper cable und holz danke kann ich jetzt die glasscheiben haben ja holst du die aus der diag ja hier liegen da ok ok warte noch ein bisschen holz mache ich mir ist das absicht dass das bett in der luft ist na da kommt gleich der boden runter so ok der ist schneller mit seinem haus fertig als ich aber du hast ja auch ein bisschen länger Zeit gehabt na ich habe ein in der folge glaube ich nicht viel weiter gemacht in meinem Haus so so we find iron und ich hab mein jetpack ich muss jetzt noch auffüllen würd sagen wenn wir wieder Farming gehen gehen wir in deiner Richtung weiter ok aber du musst dir mal sein haus anschauen mach ich sieht geil aus bis auf die Enden die sind nicht so schön abgerundet finde ich ja so gar nicht mal so schlecht habe ich jetzt schon meinen jetpack und genau overclocker upgrades wollte ich noch machen was brauche ich dafür ja ok das ist einfach aber erstmal probiere ich dann gleich mein jetpack nein ich mache jetzt schon weiter ok ähm das ist eigentlich das ist eigentlich das Unterschied zwischen hola-alarm und das fehler war weiß ich nicht für seine braucht man mehr Rohstoffe was das andere kann erkannt zwei verschiedene Signale naja Prozent eine nicht mehr ich brauche egal ich brauche ne brauchst nicht geht schon aber doch ich mache mir irgendwann ne unendliche Quelle noch in mein Haus und ich mich immer hin und her latschen für kühlzellen so eine noch das Problem ist ich habe gestern schon meinen Computer neu benannt das heißt ich müsste theoretisch noch einmal ein Computer kraft warum damit ich das ändern kann das den Ding na wer ist die das Programm weil ich habe den ja gestartet und so dass man nur mehr das Passwort oder irgendwas falsches eingeben kann aber nichts mehr ändern äh editen kann aha na ich kenne mich damit nicht aus mit dem Computer kraft das muss ich zugeben mit Computer kraft kenne ich mich nicht aus damit habe ich mich aber auch noch nicht so wirklich befasst soo gut ja dann würde ich sagen äh mache ich halt auch mal einen Meserator und dann was auch immer wer braucht lasse ich das aber noch drinnen ähm das noch so mein erstes Overclocker Upgrade da mache ich dann noch demnächst irgendwie ein paar mehr von ah ich mache aber vorhin noch eine Personal Regist also mein Jetpack ist jetzt aufgeladen personal safe haste ich komm mal zu dir jihihi ach das ist doch echt ne was ganz anderes wenn man fliegen kann ist natürlich nicht ganz so gut wie die Quantenrüstung ne muss ich zugeben aber immerhin ich kann fliegen yeah also wo ist er denn der Paläseer auf dem Weg zu mir ja auf dem Weg zu mir oh ah ja es sieht wirklich Hammer aus ist da das drin nein äh ey das sieht so geil aus so oder ja okay außer ah da ist ein Creeper drin nein raus weg okay ich glaube das Glas muss ich wieder wegreißen ja es war eh nicht dein Glas aber mein Glas halt au schnell raus hier also wenn die Tür kaputt ist das war nicht ich ne also in deinem Haus kann man ja locker einbrechen hier ähm sie ist ja noch nicht fertig Prozent Höhö hallo Connected Textures was sind denn die das sieht aber an komischerweise und Tag sowas äh was wollte ich denn ich mache mir dann jetzt noch wenn ich das diese Folge noch schaffe mache ich mir ein ähm ähm äh ein Solarhelm damit sich mein äh mein Jetpack immer wieder auflädt ich habe mir auch schon Gedanken zu meinem Haus gemacht das wird auch richtig Hammer wenn es fertig ist kann ich jetzt schon mal sagen und ich habe ein Personal Safe wuhu super ich werde mir dann in Zukunft auch noch ein ähm ein Lager machen so ein automatisches also dass ich oben einfach in so ein bestimmtes Rohr ich weiß grad nicht wie das heißt die Items reinwerfen muss und dann wird das automatisch unten im Lager sortiert ähm gehen wir schlafen? ja äh ich wollte nur fragen äh muss man da irgendwas besonderes eingeben bei dem Safe oder ist der automatisch automatisch gesaft? warte ich kann ja wenn ich das nächste Mal zu dir komme kann ich ja mal gucken ob ich da reingucken kann aber ich glaube nicht dass man da irgendwas machen muss gehst du ins Bett? ja auch heute noch? ich liege ja schon so die sind noch nicht fertig das ist mir immer noch zu langsam mit den äh mit diesen paar Overclocker Upgrades äh mit dem einen meine ich ist ja nur eins mit den paar ist ein bisschen übertrieben ne? ich glaube da mache ich mir jetzt einfach noch eins von tin ist ja nicht viel ah ein Creeper willst du mich verarschen? scheiß Creeper ey ich war doch schon weg warum müssen wir trotzdem wegsflöten? was noch einer? da hinten ist noch einer zwei Creeper sind in die Luft gegangen direkt vor meiner Haustür das ist nicht gut warte weiter braucht man braucht man braucht man ja relativ viele Personal Saves oder sollt? jetzt könnte ich meine Glasscheiben wieder gebrauchen oh das regt mich gerade so auf warum? ich hoffe ich habe noch genug Erde um das zu reparieren was müsste ich eigentlich ja ich habe noch genug Erde hast du alle die äh also alle von den Dings da gebraucht von den Scheiben welchen Scheiben? die Glasscheiben nein ich habe noch 15 übrig ich habe dir 15 gegeben geil ja ich habe deine noch nicht benutzt ja ok dann ja scheiß Creeper ey warum gibt's sie nur einen? das nehme ich mit das muss ich trennen das muss ich trennen das muss ich trennen oder? ich tausche das jetzt hier einfach mal gegen Erde noch aus hier so was wollte ich eigentlich machen? genau ich wollte mir noch ein 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 overclocker Upgrade machen gut die Kohle geht aber echt schnell langsam äh was? die geht schnell langsam? ich meinte die geht schnell leer die Kohle Wie im echten Leben auch, ne? Tss. Nein, Spaß. Ähm. Bist du eigentlich noch da? Ja. Ähm. Ähm. Gut. Das in den Ofen. Und ich hab doch... Fuck. Was hast du? Ah, ich hab meine Kohle wieder vergessen. Pss. Kohle drin. Da. Ähm. Genau, ein bisschen Kohle noch meinen Generator tun. Wo ist denn die Kohle? Da ist er doch. Gut. Wasser holen. Ich glaube, ich muss wirklich mein Grundstück mal ausleuchten. Es geht doch schon nicht. Äh. Ich wollte einen Solarhelm machen, ne? Das werde ich aber diese Folge, glaube ich, nicht mehr schaffen. Das nehme ich mir dann für nächste Folge vor. Und ich habe inzwischen 40 Level. Tss. Enchanting Room müsste ich auch mal bauen. Es gibt so viel, was noch zu tun ist. Haus weiterbauen. Bisschen Technik. Bisschen... Vanillamindcraft. Vanillamindcraft. Das wollte ich jetzt eigentlich machen. Wolltest du irgendwas von diesen Glasscheiben haben jetzt oder nicht? Fünf Glas könnte ich gebrauchen, ja. Das hat der Creeper... Glas oder Glasscheiben? Glasscheiben. Das hat der Creeper kaputt gesprengt. Okay, ich bringe dich gleich vorbei. Okay, das wäre gut. Und ich glaube, ich habe schon wieder keinen Wobber mehr. Muss ich nochmal holen. Was braucht man eigentlich so alles für einen Solarhelm? Solar. Was bringt der Solarhelm? Energie, oder was? Da kannst du... Also wenn du einen Jackpack anhast, zum Beispiel... Das ist doch recht teuer. Aber das werde ich schon hinbekommen. Wenn du einen Solarhelm und einen Jetpack anhast, dann lädt sich das Jetpack durch den Helm automatisch auf, wenn Tag ist. Also braucht man das nicht irgendwo reintun, sondern das lädt sich auf. Und Badpack ist dann... Badpack, wenn man sich das anzieht und mit irgendeinem elektrischen Werkzeug was abbaut. Dann lädt sich das wieder auf. Okay. Also wenn zum Beispiel ein Mining Drill, der hat nur 10.000 EU, glaube ich, die da reinpassen. Wenn man damit was abbaut... Das ist mein... Links noch noch alle. Dann geht der ja recht schnell kaputt. Äh, leer meine ich. Wird der ganz recht schnell leer. Und wenn man das Badpack dann anzieht und man baut damit was ab, ist der dann wieder voll. Hast du so ein bisschen kapiert? Schon, ja. So, jetzt fliegt mein Bett nicht mehr rum. Es steht wieder auf dem Boden. Warum? Ach, genau. Overclocker. Wait. Overclocker. Upgrade. Genau. We find Iron und Redstone. Redstone. Ja. Zwei Redstone. So, aber ist auch fertig. Dann brauche ich jetzt noch ein bisschen Copper. Und... Zwei Redstone. Scheiße. Was ist? Hä? Ich versuche das gerade symmetrisch zu bekommen. Na und? Na, es klappt nicht. Okay, und ich hab grad noch das nächste Overclocker-Upgrade. Und dann sind auch schon wieder 30 Minuten um. Dann würde ich sagen, beenden wir die Folge jetzt hier mal, ne? Mhm. Und... Ja, wir haben ja mal wieder recht viel geschafft. Ich jedenfalls, bei dir weiß ich nicht. Jetpack. Und zwei Overclocker-Upgrades. So ein bisschen am Haus weiter. Das weiß ich. Ich baue jetzt hier nochmal eins ab. Mach das dahin, wo vorher die, äh... Truhe-Stand. So, jetzt sieht es wieder okay aus. Und... Der Boden ist immer noch nicht fertig. Das Cobblestone reicht einfach nicht. Ich bin jetzt bestimmt vier Folgen am Boden anbauen und der ist noch nicht fertig. Und... Das... Na? Was denn? Geht sich mal wieder nicht aus. Ja, können wir dann beenden jetzt? Ja. Ja, okay. Sag du noch was. Ja, und mit diesem wunderschönen Sonnenuntergang sage ich Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ja, tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.